Wolf, servus. Du, Wolf, wir hatten doch geredet wegen der FIBO, wegen dem Film. Ich hab's mir überlegt, macht's bitte wirklich, wie ihr das denkt. Ich hab großes Vertrauen in dich und unsere Führungskräfte. So, Leute, FIBO steht vor der Tür. Wir brauchen einen richtig, richtig geilen Film. Was Kreatives, nicht so wie sonst. Lass uns doch eine Zähne im Wald machen, da können wir zeigen, wo das Holz herkommt. Oh ja, aber dann so richtig mit Axt und Lederhäuse. Ja, aber dann brauchen wir auch Pferde. Ja, und am besten oben ohne, oder? Ja, wir haben doch den Ralf. Lass doch den Gladiator einen Baum umhacken. Klar, der läuft mit der Axt durch L.A. und hackt einen Baum um. Dann hau ich halt eine Palme um. Gladiator finde ich geil. Haben wir noch mehr Ideen? Ich find, wir müssen ja niemals sexy werden. Die Ateys, wie wär's mit den Ateys? Jeder liebt doch die Ateys. 6, 7, 8, go! Aber wo ist der, der Zug zu Nylon? Und Easy Motion Skin, da kümmert sich gar keiner drum. So, machen wir's. Servus, Christian. Ja, Wolf, servus. Du, ich hab mir das überlegt. Ich mach das konservativ selber. Ihr habt sicherlich ja eh noch nicht angefangen mit dem Ganzen. Okay? Also, danke. Ciao.